herzlich willkommen zu diesem kleinen video wieder zeit für ein gratis spiel auf dem epic games launcher und heute ist es das spiel oase guck uns mal kurz den kleinen trailer an in a world turned upside down experience and adventure that will test your skills and touch your heart don't miss out on the experience euro gamer said could be one of the most charming games of the year a real contender for indie game of the year horse's heartwarming narrative pushes you through the hardware gameplay and the high quality aesthetic and music burn themselves into your brain well people certainly seem to like me join one small robot as he attempts to bring his family back together jump defy gravity and face one of the year's most endearing platformers and horace keeps getting bigger unlock new content in the time machine boss rush mode or relax in the cinema or next to the gramophone are you ready for an adventure like no other horace available now gut also ein spiel aus 2019 wenn ich hier richtig lese es ein spiel mit vielen verschiedenen spiel integriert mal gucken mal eben wie groß es dann ist installieren 12 gigabyte ist es groß ok werde ich ein bisschen runterladen gut ich bedanke mich dann fürs einschalten ich hoffe ihr könnt mit dem spiel hier was anfangen und dann sehen wir uns nächste woche wieder wiedersehen optimistum positivist guckst guckst so